Musik Eine kulinarische Erweiterung des schicken Bergmann-Kiez ist das trendige Matzbach-Restaurant und Hotel. Nach einem Besuch der anliegenden Markthalle lässt es sich in gemütlicher Atmosphäre im Matzbach entspannen. Musik Herzlich Willkommen im Hotelrestaurant Matzbach an der Maheinicke-Halle in Kreuzberg. Wir haben badig-elsässiger Küche mit unseren Spezialitäten Schnitzel, Spätzle, Maultaschen und Flammkuchen. Alles selbst gemacht, hausgemacht. Musik Ab 9 Uhr gibt es Frühstück. Ab 11.30 Uhr haben wir Mittagstisch. Abends haben wir jeden Tag wechselnde Gerichte und abends haben wir eben unsere normale Karte mit einer Wochenkarte jeden Donnerstag. Neu. Was gibt es denn hier zu Weihnachten? Naja, wir haben die klassischen Gänse, Enten, Weihnachtsmenü. Am Sonntag haben wir ein Buffet, ein Brunch-Buffet von 9 bis 16 Uhr, sehr vielseitig, mit Frühstück und warmen Desserts, vier verschiedene Desserts, vier verschiedene warme Gerichte und kostet 9,90 Euro. Auch gehört zu dem Matzbach ein Hotel. Wir haben jetzt sieben Zimmer, sieben Doppelzimmer. Ja, kleine, feine, neue Zimmer. Also bei uns kann der Besucher erwarten tolle Atmosphäre, tolles Essen, gemütliches Beisammensitzen. Man kann alles hier, wir machen auch Veranstaltungen, Hochzeiten haben wir auch schon gemacht. Und im Sommer haben wir eine super Sonnenterrasse und ja, sehr gemütlich, tolle Atmosphäre.